Tinky, Winky, Dipsy, Lala und der Po. Time for the Teletubby, Time for the Teletubby. Winky, Dipsy, Lala, Po. Teletubby, Teletubby, sagen Hallo. Ruhe, wir gehen raus. Das ist aber schon ordinär, mal ganz ehrlich. Habt ihr euch nicht auch mal gefragt, wieso der eine eigentlich einen Star so einen Schwengel auf dem Kopf hat und die anderen noch? Und warum ist einer schief? Das ist eine ordinäre Show.